Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem man diskutieren kann, in dem man verschiedene Standpunkte hat, aber in dem dieses persönliche oder dieses sich gegenseitige Meinung aufdrücken und dieses sich niedermachen und Argumente des Gegenübers nicht zählen zu lassen ein Ende hat. Und in dem wir den Menschen ihre persönliche Meinung lassen und friedlich miteinander darüber reden können und nicht, dass von außen vorgeschrieben wird, was gedacht zu werden hat.